Das alles Sie haben in der Berufung. B1-Berufung, in der B1-Berufung Sie haben Huren, Lesen, Schreiben und Sprüchen. Sie müssen etwas lernen. Das ist ganz wichtig. Sie haben vielleicht ungefähr ein Jahr mehr durchgelehrt. Sie konnten nicht in einer Woche etwas lernen, das in der Berufung Sie können schaffen. Das ist unmöglich. Aber was sollen Sie machen? Sie müssen die Fähigkeit, in Englisch wir sagen, Skips. Sie müssen die Fähigkeit täglich lernen, wie kann man eine Berufung schaffen.